Das passiert, wenn man einen Filmabend mit Freunden und zu vielen schlechten Filmen hatte. Das ist geil. Das ist geil. Wir kriegen Gesellschaft. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Leute, da müsst ihr euch angehen. Es ist still. Zu still. Ich hab da ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Die sollten uns aufteilen. Das ist ein Befehl. Leute, manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Pass auf dich auf. Ich geh da jetzt rein. Es ist viel zu gefährlich. Lass ihn. Er muss das tun. Oh, der Pirouetten-Truname-Nemesis ist in der Bolt-Range-Dekadenz. Kannst du das nochmal in Deutsch sagen? Komm schon, spring an. Ist das alles, was du drauf hast? Ich hab nur meinen Job gemacht. Ich hab kein Netz. Ich hab kein Netz. Gleich fliegt hier alles in die Luft. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Oh nein! Das ist nur ein Kratzer. Du blutest ja. Lass mich hier zurück. Geht ohne mich weiter. Pst, sag jetzt nichts. Du darfst mich nicht verlassen. Der ist tot. Und es ist an einem besseren Ort. Okay Leute, wir haben's. Haben wir's? Ja! Sehr gut. Richtig los. Richtig los. Nice. Are you ready for a miracle? Ich geh da jetzt rein. Pass auf dich auf. Lass ihn. Das macht keinen Sinn. Was?